Profil Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch Podcast. Ich spreche wie fast immer mit Eva Linsinger, Resortleiterin Österreich-Innenpolitik. Eine innenpolitisch durchaus interessante Woche. Hallo, hätte ich fast vergessen. Hallo Eva. Wir haben kurz besprochen, ob wir sprechen wollen, weniger jetzt über die Koalitionsverhandlungen. Da müssten wir ein weiteres Mal raten, ob es sich vor Weihnachten ausgeht oder nicht. Eher nein, denke ich. Aber heute Mittwoch, ganz spannend, die Verkündung des Verfassungsgerichtshofs, der Verfassungsgerichtshofentscheidung zu dem sogenannten Sicherheits- oder auch Überwachungspaket der längst verblichenen türkisblauen Regierung. Und das war, was man so schön sagt, eine richtige Watschen für jene Regierung, weil der Verfassungsgerichtshof bzw. dessen Vizepräsident dieses Paket samt und sonders als nichts verfassungskonform verdammt hat. Ohne jetzt alle Details zu nennen, da ging es unter anderem um die Nutzung von Daten aus dem Straßenverkehr, von Section Controls für die Sicherheitsbehörden zu ganz anderen Zwecken. Unter anderem auch um dem Bundestrojaner also die Möglichkeit, in Mobiltelefone eine Spy-Software einzuschleusen. Und das unter anderem auch, was der Verfassungsgerichtshof besonders, und zwar mit dem Gesetz, was im 19. Jahrhundert für abstrus hielt, auch die Möglichkeit, solche Sicherheitssoftware heimlich in Wohnungen einzuschleusen, dort in ein Handy einzubauen, was dem Hausrechtsgesetz, glaube ich, aus dem Jahr 1860 oder so widersprochen hätte. Aber unter dem Strich, mir fallen zwei Dinge auf. Wie so oft sind die Verfassungsgerichte, man kann es liberal nennen, aber man kann es auch nennen, sehr menschenrechtsbewusst. Das Ganze ist sehr stark auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention entschieden worden als nicht verhältnismäßig. Und der durchaus konservative Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs oder der Verfassungsgerichtshof insgesamt hat hier eine ganz und gar nicht konservative oder rechte Politik beführte, wurde eine Entscheidung getroffen. Und andererseits, vielleicht zur Politik von türkisblau, also einerseits hätte man schon wissen können, wenn man den Verfassungsgerichtshof bemüht hätte, dass das nicht verfassungskonform ist. Und andererseits sieht man anhand dieser Entscheidung nun, was für eine Politik gemacht worden ist. So, viel geredet. Ist auch ein total wichtiges Thema. Und ich finde es spannend, man hat es in dieser ewig herzuscheinenden Zeit vor Ibiza, also vor dem Mai, hat man es in dem ganzen Getöse, das da ständig gemacht wurde, von türkisblau, oft manchmal ein bisschen vergessen, welch doch teils massiver Umbau des Staates da von Teilen versucht wurde. Jetzt träumen der Interimsinnenminister und jetzt auch der VfGH quasi den Scherbenhaufen weg, den Innenminister Herbert Kickl da hinterlassen hat. Und was ich sehr interessant finde an der Argumentation des VfGH, der pocht sehr stark auf Grundrechte, der pocht sehr stark eben, wie du gesagt hast, auf die Menschenrechtskonvention und bemüht sich auch einer Sprache, die man in den Zeiten, als Kickl Innenminister war, fast vergessen hatte. Da ging es immer nur um Überwachung, um das Prinzip, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Da ging es um irrsinnig viele dieser Parolen. Und wenn wir uns zurückerinnern, damals wurde ja versucht, Schritt für Schritt die Kompetenzen auszubauen. Da ging es um Cyber Security. Insofern finde ich diesen Grundsatz des VfGH als sehr, sehr wohltuend. Und wie auch immer die nächste Regierung ausschauen wird, wir haben uns heute vorgenommen, nicht darüber zu spekulieren, weil wir sehr im Trüben stochen würden. Das ist schon auch ein Auftrag dafür. Ein bisschen mehr auf diese entscheidenden Pfeiler, auf die so eine Verfassung, eine Demokratie ruht, auch ernst zu nehmen und die zu berücksichtigen. Man kann ja nur spekulieren, was der damalige Innenminister, aber wohl doch die gesamte Regierung damit bezweckt hat, wie das taktisch angelegt war. Einerseits ist davon auszugehen, dass das als Signal hätte gelten sollen, was diese Regierung eigentlich will. Selbst im Wissen, dass der Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz heben könnte. Andererseits war wohl geplant, dass es zu einer Reparatur des Gesetzes kommen würde, die ja dann manchmal funktioniert. Das heißt, man dreht dann ein paar Schrauben und im Grunde könnte und würde dann das Gesetz als solches bleiben. Von der zukünftigen Regierung ist das dann doch nicht zu erwarten, wenn ich davon ausgehe, dass Türkis-Grün nicht nur kleine Reparaturen daran machen würden, sondern die Sache von vornherein mal inhaltlich, aber auch, so wie du sagst, vom Grundgedanken her neu aufsetzen würden. Nach so einer, du hast es als Watschen formuliert, ganz unjuristisch, nach so einer Watschen des Verfassungsgerichtshofs muss sich eine künftige Regierung, wie auch immer sie zusammengesetzt ist, schon sehr genau überlegen, was sie macht. Und es ist ja sicher anzuraten, die entscheidenden Punkte nicht noch einmal genauso vorzulegen. Das wäre auch wie eine Verhöhnung des Verfassungsgerichts, so von der ist man eigentlich das nicht gewohnt. Ich finde das interessant, weil quasi auf zweifacher Ebene eine Aufarbeitung passiert. Die andere kam vom Weltklimakipfel diese Woche. Da ging es, man muss es der Fairness halber sagen, jetzt nicht nur um Türkis-Blau, sondern auch um Vorgängerregierungen, SPÖ-ÖVP-Regierungen. Und zwar bekam Österreich wieder einmal eine, bleiben wir in der Diktion, Watschen für seine Klimapolitik, was ich ganz spannend fand, weil uns viele Politiker doch weismachen wollen, Österreich sei ein wahnsinnig tolles Umweltschutzmusterland und wir seien so super unterwegs und die Dreckschleudern seien nur immer all die anderen. Wir hatten mal darüber eine Diskussion und du hast merkt, ich dachte, es hinge nur damit zusammen, dass wir unsere Ziele damals in grauer Vorzeit, solange es nicht so hoch gesteckt hätten und diese Ziele nicht erreichen, also selber Schuld dran wären durch unser damaliges Strebertum, dass wir diese Ziele nicht erreichen. Das war aber ein Irrtum. Du hast mir dann in der Redaktionssitzung, als wir darüber sprachen, darum geht es gar nicht. Wir sind nicht nur in der relativen Entwicklung schlecht, weil wir uns nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. Wir sind nicht nur relativ zu anderen Staaten schlecht, sondern Österreich liegt auch absolut schlecht und wir merken es nur deshalb nicht, weil wir zum Beispiel saubere Wasserkraft zur Verfügung haben, die zur Stromerzeugung dient. Und jetzt kann man natürlich an manchen Rankings herumpitzeln und ins Detail gehen. Bei diesem Ranking wurde zum Beispiel Atomkraft als sauber gewertet, was Österreich jetzt aus langen historischen Gründen nicht hat. Aber die Tendenz aller Rankings ist so eindeutig, dass Österreich einfach im Vergleich zu vergleichbaren Staaten viel zu wenig tut, im Vergleich zu fast allen anderen europäischen Staaten sich sogar verschlechtert, anstatt zu verbessern. Und eines der großen Probleme dabei ist der Verkehr, wo einfach viel zu wenig passiert. Und diese Erkenntnis finde ich auch gerade vor den Regierungsverhandlungen interessant, weil es ein relativ deutliches Zeugnis ist. Wir hatten Greta am Cover als Mensch des Jahres. Du hast erzählt, dass es darauf auch ganz interessante Reaktionen gab, gerade aus, wie soll man es nennen, bürgerlichen Kreisen? Aus, ich würde mal sagen, aus dem KMU-ÖVP-Umfeld, also als das, was man üblicherweise als schwarzer Home-Turf bezeichnen würde. Und die Reaktionen darauf vorab eigentlich schon und nachher erst recht, waren schon ein gewisses Unverständnis. Und es ist nicht ganz eindeutig zu erklären, warum es geht. Ich hatte den Eindruck, es geht dabei einerseits darum, dass es eine Frau ist, dass es eine, ich zitiere, Göre ist, darüber hinaus, aber auch schlicht darum, dass wenig Verständnis für grüne Politik ist es gar nicht, sondern für Klimapolitik gibt. Und wenn wir da einmal mehr das Zitat des ÖVP-Klubobmanns herbeiziehen, der gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass mir die Kinder noch Wehren schicken und sie kommen als Gräne zurück, so etwa. Du kannst wirklich gut fremdsprachen. Ja, ich bemühe mich sehr. Bei deinem Salzburgerischen würde ich zumindest noch verstehen, worum es geht. Nein, also dass das Verständnis in diesen bürgerlichen Kreisen, in den KMU-Kreisen nicht besonders groß ist. Das sind auch jene Menschen, die große Skepsis haben bei den Regierungsverhandlungen, die sich schlicht nicht vorstellen können, eine Regierung zwischen Schwarzen-Türkisen und den grünen Kommunisten. Ich zitiere, denen eine weiterhin eine Regierungsbildung mit dem Blauen viel lieber wäre, deren ökonomische Positionen, soweit die vorhanden sind, sie eher verstehen würden. Ich bin sonst immer vorsichtig, wenn es darum geht, Generationenkonflikte herbeizureden, weil ich sie auch für aufgebauscht halte. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das irrsinnig klar, wenn jemand 16 ist, 17 ist, 18 ist, wie viele dieser Fridays-for-Future-Kids, wie auch Greta, dann wird man den Klimawandel in einem ganz anderen Ausmaß erleben als jetzt wieder eine Plattitüde, ein älterer weißer Mann, der schon 70 ist, der wird nicht mehr so viel mitkriegen, jetzt ganz zynisch gesprochen. Und da gibt es auch eine ganz andere Betroffenheit. Und das, glaube ich, ist dann wirklich ein bisschen ein Clash der Generationen, weil zu Recht die Kids sagen, hallo, was ist eigentlich, ihr macht ja gerade unsere Zukunft kaputt, jetzt tut einmal etwas. Und das, glaube ich, wird auch dadurch ausgedrückt durch so eine Skepsis, dass quasi der Lebensstil alles andere in Frage gestellt wird. Bin ich ganz bei dir. Wir hatten ja zwar wenig Diskussion über die Frage, wer bei uns Mensch des Jahres werden würde, da Greta Thunberg nicht nur ziemlich, sondern die einzige Kandidatin war. Wir haben allerdings darüber diskutiert, wie sehr Greta Thunberg jetzt nur ein Symbol ist, ob sie ein Popstar ist oder ob man auch kritische Einwände gegen sie haben könnte, sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass die Glorifizierung zumindest nicht ganz leicht verständlich ist, so eindeutig es ist, dass sie es werden musste. Und haben dann Sprachen darüber, womit das zusammenhängt. Und das hängt, jetzt sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, natürlich stark damit zusammen, dass sie aus jener Generation kommt, die direkt und unmittelbar betroffen sein wird, wenn während meine und deine Generation, ich habe betont, es sind zwei unterschiedliche Generationen, ja eher den Klimawandel als durchaus auch etwas Positives sehen müssten, weil Klimawandel sehr indirekt mit Wirtschaftswachstum zusammenhängt. Und wenn das Wirtschaftswachstum gut ist, ist die Belastung, Rebus Sixtantibus, mal für das Klima eine größere, weil der CO2-Ausstoß größer ist, weil mehr Verkehr, mehr Transport stattfindet. Das heißt, das, was noch als Wirtschaftswunder oder auch als Wirtschaftswachstum ausgepriesen wurde, hat eine sehr, sehr gefährliche Kehrseite. Und bei meiner Generation ging es natürlich ums Wirtschaftswachstum und um den Erfolg. Und bei dieser nächsten, übernächsten Generation geht es um ganz was anderes. Ja, und jetzt schlage ich doch einen Bogen, aber sehr indirekt zu den Koalitionsverhandlungen. Ich bin ja nach wie vor überzeugt, dass gerade die Investition in klimafreundliche Technologien für so eine kleine, spezialisierte, auch teure Volkswirtschaft für Österreich eine Riesenchance bedeuten würde. Wir haben oft Champions-Betriebe in richtigen Nischenfeldern und das könnte eine richtige Chance bedeuten, weil die Massenproduktion wird sich in Österreich sowieso nicht mehr ansiedeln. Ob leider oder Gott sei Dank ist jetzt egal. Aber in diesem Nischensektor, da könnte auch irgendwie Wirtschaftswachstum passieren. Darum verstehe ich die so grundlegende Skepsis von Teilen des Wirtschaftsflügels gegen Grün nicht ganz. Aber wie gesagt, wir werden sehen, was da rauskommt. Wir werden so leben und wenn die Regierungsverhandlungen tatsächlich dort zum Abschluss kommen, wo wir es vermuten, dann wird das Thema Klima und die Frage, wo Österreich, da eigentlich liegt uns zum Glück weiter begleiten. Liebe Eva, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wie immer herzlichen Dank und noch eine schöne Woche.